Best-Offs braucht kein Mensch, das ist die Pest. So Leute, die irgendwie mit einer Iron Maiden Best-Off auf ein Iron Maiden Konzert gehen, die will ich da gar nicht sehen. Boah geil, ich spiele noch eine Single. Ja genau, recht hat er, ist doch wahr. Das ist genau wie diese Spacken oder diese Tussis, die dann zu irgendwelchen Modeketten rennen und dann holen sie sich da ihr Maiden-Shirt oder ihr ACDC-Shirt, aber dann rennen sie abends auf ein Revolver-Held-Konzert und dann halten sie da ihre Handys so mit irgendwelchen Glitzer-Kätzchen unten dran und dann filmen sie das alles und dann stellen sie das online und dann waren sie auf einem richtigen Rock-Konzert. Die kannst du alle in den Sack packen, wenn da drauf haust, da triffst du nie einen Falschen. Ist doch wahr und was so viel schlimmer ist, das sind diese Leute, die da... The sexiest Münsterin Alive. Ein sehr eloquenter Gesprächspartner, ein Mann, der Hunde weckt und nicht zuletzt ein vorzüglicher Schnapstrinker. Willkommen, Ingo Donat. Ich bin total baff gerade, ganz ehrlich, das ist die vielleicht trefflichste und schmeichelndste Einleitung ever. Grimme Preis hier mal bitte, hier goldene Kamera oder so, danke. Ihr habt eine wunderschöne Single gemacht, zusammen mit Billie Talent und Antiflag. Toast to Freedom, Benefits-Ding für Amnesty International. Erzähl doch mal was dazu. Na, Antiflag haben uns mal wieder gefragt, wir haben ja schon vor zehn Jahren oder so, haben wir ja schon mal so einen Benefits-Song, so einen Gratissong rausgehauen. Damals so als Statement gegen die Irak-Offensive, der Protest-Song damals und dementsprechend verbindet uns ja sowieso schon eine lange Freundschaft. Amnesty International sind an uns herangetreten und würden gerne haben, dass dieser Karl-Carlton-Song, ja, Toast to Freedom, dass der nochmal neu aufgelegt wird, aber diesmal in der Punk-Rock-Version. Antiflag hatten das quasi schon mehr oder weniger eingespielt, haben uns so die Tracks geschickt, dann haben wir das im Studio nochmal gesungen. Ian von Billie Talent hat dann noch eine Gitarren-Solo dazu gespielt und ich glaube, Bernd von den Beatstacks hat noch eine Gitarre gespielt dazu. Ihr habt ja ohnehin sehr viele Projekte mit anderen Bands, Split-Singles, Frank Turner zum Beispiel. Ist das einfach so aus der Freundschaft heraus, durch Zufall, dass man angerufen wird, sagt, komm, machen wir oder ist da auch irgendein Businessplan dahinter? Nee, ach, Businesspläne können wir ja nicht. Ich meine, wir sind in Westfalen. Ach, wir haben ja Leute dann, ne? Genau. Nee, das klappt ja bei uns nicht so mit den Businessplänen. Nein, das ist in der Tat wirklich, so klebrig, wie es das anhört, das ist halt Freundschaft irgendwie und das ist auch einfach so eine liebgewordene Tradition bei uns, dass wir uns einfach immer Leute auf unseren Platten irgendwie dazu holen oder mit denen wir als Blitz irgendwie rausbringen, die wir halt vom Touren kennen oder sowas. Das waren, keine Ahnung, Leute wie Walter Schreifels mal, Chuck Reagan, Midtown, Three Colors Red und all diese ganzen Bands und ja, dementsprechend dieses Mal halt der große Frank Turner, der ja jetzt gerade auch mega durchstartet und berechtigterweise. Und das Tollste daran war, dass ich dementsprechend auch nochmal nach London fliegen durfte, um mich drei Tage lang vor der Kamera mit ihm zu besaufen. Ich meine, was ist das für ein geiles Treatment für ein Video? Ja, und dafür noch Geld bekommen, oder? Bitte, ich meine, Living the Dream, oder was? Ja, Billy Talent, auch auf der Single jetzt vertreten, wie lange kennt ihr die Jungs denn schon? Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, als Billy Talent damals im Support von den Beatstakes unterwegs war. Wann war das? Ich weiß gar nicht, 2003 oder so? Ich würde sagen, in die zehn Jahren muss es her sein, ne? Irgendwie sowas, genau. Und da haben wir uns halt damals mal Backstage kennengelernt und wir sind uns immer mal wieder so auf Festivals begegnet und wie man das halt so kennt, grüne Flaschen schweißen zusammen. Da ist eigentlich auch so diese Idee entstanden, wir könnten ja mal zusammen touren und dann haben sie uns halt eingeladen für diese Tour. Die Kids gehen ja schon crazy für Billy Talent, muss man sagen. Für euch aber auch, oder? Ich will mich nicht beschweren, das war echt super, echt. Also schon eine relativ große Schnittmenge unter den Fans. Ja, ich glaube, das passt musikalisch und aber auch so bühnenpräsenzmäßig eigentlich ganz gut, weil ich glaube, Billy Talent sind genau wie wir eine Band, die einfach ganz gut mit dem Publikum umgeht oder umzugehen weiß und da kriegen die Leute halt das doppelte Brett und gehen halt komplett frittiert nach Hause. Finde ich okay. Jetzt habt ihr ja dieses Jahr neben der Billy Talent Tour auch noch eine Menge schöner Festivals und Konzerte vor. Euch erzähl doch mal. Wir wollten gar nicht, aber wir konnten das alles nicht ablehnen. Das war so ein bisschen so wie bei der Pate. Man hat nur sein Angebot gemacht, was wir nicht ablehnen können. Die Toten Hosen haben uns halt für mehrere Shows eingeladen. Die Erz haben uns eingeladen. Das Seaget Festival machen wir. Das Reload Festival, Open Flair, all diese ganzen Sachen. Das sind halt alles so Sachen, Big Day Out und so, da kannst du nicht Nein sagen. Wir haben halt wirklich gedacht, wir treten kürzer dieses Jahr, weil wir ja nächstes Jahr 20 Jahre alt werden und eigentlich wollen wir dann so die große Hafenrundfahrt machen, aber das ist diesmal auch nicht bei Dortmund-Elms-Kanal hoch und runter geblieben. Das wird also auch ein bisschen mehr. Ich glaube 19 Festivals oder so sind es am Ende dann geworden. Aber wir müssen ja irgendwann uns auch mal hinsetzen und eine neue Platte machen. Seid ihr denn da schon zu Potte gekommen im Ansatz? Ein paar Demos zumindest? Genau, also jeder hat so ein bisschen zu Hause seine Demos gemacht, aber das kommt sowieso erst immer zusammen, wenn wir dann im Proberaum sind oder noch mehr eigentlich, wenn wir im Studio sind wirklich. Also ich glaube, wir sind so Leute, die mit so Druck besser arbeiten. Wenn wir halt wissen, das muss jetzt halt irgendwann fertig werden, dann triffst du halt Entscheidungen und so. Und ansonsten sind wir halt einfach immer so demokratisch unterwegs, dass halt fünf Leute zehn Meinungen haben. Wir und alle sind berechtigt. Und dann kommst du einfach nicht zu Potte. Dann sind wir langsam. Für 2014 kann man schon damit rechnen. Ja, müssen wir machen. Also weil 20-Jähriges und dann keine Platte raushaben, das wäre traurig. Manche machen einfach Best-of-Kopplung. Ja, aber das ist ja auch ekelhaft, wirklich. Danke. Muss ich wirklich sagen. Ich meine, wir mussten das mal machen, in der Tat, um uns damals final aus dem Deal mit Gun Records zu lösen. Da wurde dann gesagt, naja gut, aber dann wollen wir doch mal irgendwie den Kram verwerten, den wir da von euch irgendwie haben und dann bringen wir jetzt noch eine Best-of raus. Dann haben wir uns halt zumindest dazu breitschlagen lassen und haben dann eine gemacht, wo dann irgendwie auch alle möglichen B-Seiten drauf sind und so, damit das halt irgendwie halbwegs wertig ist und so. Aber ey, Best-ofs braucht kein Mensch. Das ist, das ist wirklich, das ist, das ist die Pest. So Leute, die irgendwie mit einer Iron Maiden Best-of auf ein Iron Maiden Konzert gehen. Die will ich da gar nicht sehen. Ja, das ist ekelhaft, wirklich. Also, weißt du, boah, geil, ich spiele noch eine Single. Also, hör auf, was ist das? Eigentlich sollte ja Jan die Abmoderation hier machen, aber den mussten wir mit starkem Psychopharmaka ruhigstellen. Falls euch dieses Interview gefallen hat, dann klickt doch einfach auf den Abo-Button. Jeden Dienstag und Freitag gibt es Nachschub. Was wünscht ihr euch von den Jungs zum 20-jährigen Band-Jubiläum? Und mit wem sollen die Donuts noch eine Spitz-Single machen? Und mal ganz ehrlich, wer von euch hat selber eine Best-of zu Hause im Schrank stehen? Best-of, ne? Wenn ich das schon wieder höre, dann kann ich schon wieder ausrasten! Falls ihr CDs, LPs, DVDs oder Kunstdrucke von den Donuts haben wollt, die gibt es natürlich bei EMP. Klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, sagen Jan und Markus.